Wer gerne im Internet surft, der ist jetzt richtig bei Verstehen Sie Spaß. Und das geht sowohl für die Jüngeren als auch für die Älteren. Internet ist verhältnismäßig spät so populär geworden in Deutschland, dass es eigentlich viel weniger Internetcafés bei uns gibt als in vielen anderen Ländern. Als es in Mexiko schon fast in jedem Dorf ein Internetcafé gab, da fing das bei uns erst langsam an. Wir haben uns eins ausgesucht in Bonn und haben dort für Furore gesorgt. Wir haben dafür gesorgt, dass es zu einer Katastrophe kam, dass ein Internet-Virus freigesetzt wurde. Und vielen Dank an die Kollegen der Tagesschau, die haben uns schwer dabei geholfen. Wir sind mitten in Bonn, hier ist das Internetcafé Gangolf. Voll besetzt mit unseren Lockvögeln. Nur dieser eine Tisch ist für unser Opfer reserviert. Viel Spaß. Soweit wirkt erstmal alles ganz normal. Chatten, surfen, Mails abrufen. Oder für Nicht-Computer-Kundige tippen, gucken, wieder tippen. Aber da. Der Computer meldet, dass unser Opfer gerade einen gefährlichen Computer-Virus verschickt hat. Können Sie vielleicht kurz schauen? Was gibt's? Eine Virusmeldung? Bitte? Kleinen Moment, kleinen Moment, kleinen Moment. Kurzschluss, rausmachen. Bitte, raus. So ist das hier. Keine Panik, ganz ruhig. Wir haben hier ein Virusproblem. Haben Sie eine 119er-Nummer gewählt? Nein. Ich habe den Humboldt-Virus ausgelöst. Ich habe das genau gesehen. Die ist da mit 0,190er-Nummern am Fuchteln. Nein, Sie sehen das doch. Ich bin bei Hotmail. Der Fehler ist eindeutig hier. Die anderen Laptops sind sozusagen ausgestört. Das heißt, Sie haben hier gerade diesen Virus ausgelöst. Wissen Sie, was das weltweit bedeuten kann? Also die Folgen, die Ihnen klar... Wissen Sie, was ich Ihnen sage? Verstehen Sie mich? Verstehen Sie Deutsch? Ja, verstehe. Ich habe ganz normal an Ihrem Computer, so wie ich es normalerweise immer zu Hause mache, nur im Moment mein Laptop nicht in Ordnung ist, und ich hier reinkomme, einfach in Hotmail reingehe, mein Passwort eingebe, damit ich meine E-Mails nachprüfen kann, damit ich geschäftlich auch weiterkomme. Und dann kommt sowas. Also ich habe nichts ausgelöst. Ich bin nicht von gestern oder sonst noch irgendetwas. Ich weiß schon, wenn ich irgendwo hindrücke und ich lese mir alles durch, bevor ich irgendwas aktiviere. Und warum kommt denn hier diese Viruswarnung? Dieses Warum kann ich Ihnen nicht beantworten? Sonst hätte ich Sie nicht gerufen, sondern hätte es bewältigt. Wissen Sie, was ich Ihnen sagen will? Ja, verstehe Sie, bitte. Ich habe jetzt eine Ausgabe, die im Tag ist schon. So, was kommt denn jetzt? Guten Tag, meine Damen und Herren. Vor wenigen Minuten ist offenbar ein gezielter Anschlag auf das Internet verübt worden. Ein bisher nicht bekanntes Virus verbreitet sich mit rasender Geschwindigkeit über Europa und das weltweite Netz. Inzwischen sollen bereits zahlreiche Verbindungen und Dateien zerstört worden sein. Besonders stark betroffen sind die Finanzmärkte in Europa und Asien. Dazu direkt von der Frankfurter Börse Dieter Möller. Ja, auch hier an der Frankfurter Börse hat natürlich die Meldung über den Killer-Virus zu Panik und Chaos geführt. Die Anleger haben alles verkauft, was nicht nid- und nagelfest ist. Die Kurse sind alle miteinander kräftig in den Keller gerauscht. Der DAX hat innerhalb weniger Minuten über 500 Punkte verloren. Ja, ich nenne nur ein Beispiel. Unsere schöne Volksaktie Deutsche Telekom, die hat verloren, nämlich von 13,50 Euro auf unter 50 Cent. Das habe ich nicht gemacht. Das kommt durchs Netzwerk. Wenn der eingegeben wird und es sind hier Leute alle im Netz, dann wird das durchgegeben. Verstehen Sie, was ich Ihnen sage? Ja, aber Sie haben es doch ausgedrückt. Ich habe nichts aktiviert. Verstehen Sie Deutsch? Ja, ich verstehe Sie auch sehr gut. Ja, aber Sie sagen immer wieder zu mir, was haben Sie gemacht? Und ich habe Ihnen schon 50.000 Mal erklärt, was ich gemacht habe. Ich möchte mit Ihnen doch nur den Fehler... Ja, aber ich habe Ihnen schon jetzt fünf Mal gesagt, was ich gemacht habe. Ja, aber ich will doch mit Ihnen nur verstehen, wo der Fehler liegt. Bin ich jetzt hier im falschen Film oder was geht hier ab? Ich will Ihnen ja gerne helfen. Aber erklären Sie mir bitte, was Sie falsch... Ich habe schon fünf Mal erklärt und ich erkläre es wirklich nur zum letzten Mal. Ich bin bei www.hotmail.com reingegangen und wollte mich einlogen, um meine ganzen, wie hier schon sehen, meine E-Mails abzuchecken. Die 100... Sie haben eine 119er-Nummer wahrscheinlich abgerufen. Eine Hotmail... Kennen Sie... Wenn Sie ein Internetcafé haben, müssen Sie wissen, was www.hotmail.com ist und das ist keine 0190er-Nummer. Das weiß ich doch, aber vielleicht haben Sie es dennoch getan. Weil erzählen können Sie mir ja viel. Jetzt erklären Sie mir bitte, wie es zu diesem Virus und diesen weltweiten Katastrophen kommt. Was machen Sie denn? Weil Sie sollen surfen und nicht hacken. Ich habe hier nichts gemacht. Verstehen Sie, was ich Ihnen sagen kann? Ja, aber der Beweis ist doch da. Eine Viruswarnung. Weltweit. Die Börsen brechen zusammen. Jetzt erklären Sie mir bitte doch mal, was haben Sie falsch gemacht? Wenn Sie bitte die Polizei rufen, so geht das nicht weiter. Ich ruf Sie, kein Problem. Ja, rufen Sie bitte sofort die Polizei. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit einer Extra-Ausgabe, den Tagesschau. Okay, kommt kein Problem. Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Tagesschau meldet sich erneut mit einer Extra-Ausgabe zu dem im Internet verbreiteten Virus. Sie dürfen doch nicht 119 Nummern wählen. Ich bin hier jetzt die Polizei und ich habe auch kein Problem. Da könnte der Täter bereits identifiziert werden. Es soll sich um einen einzelnen Mann handeln. Sein Name? Ähm, Frank Elstner. Tja, mit dem besten Namen begrüße ich Sie dort im Gambolz-Internet. Da bin ich noch recht herzlich in der Fernsehsendung. Verstehen Sie Spaß? Herzlich willkommen in der Fernsehsendung. Verstehen Sie Spaß? Also ich muss jetzt gar nicht mehr mitarbeiten. Ich rede mich auch schon in die Polizei an. Hallo? Werden Sie sich wieder an? Ich war hier bei Verstehen Sie Spaß? Und es wurde mir verarscht. Das tut mir wirklich leid.